Abitur. Und was hat denn gesagt? Ja, wir haben ja auch die gesamten deutschen Regen, die wir haben. Wie was ist denn? Ja, okay. Und welches haben wir? Auf Deutsch? Da hab ich auch schon gesagt. 90% bin ich da schon. Ja. Ja, aber meine Freunde sind das selbe Stimme. Da sind ja schon, dass da jemand das beste Stimme hat. Warten nach. Warten nach. Gefolie. E-P-N-O-N. Sehr vorhanden hier. Du machst da ein 20. Du denkst mal den 18. Du warst das dann einfach nicht. Aber ich auch nie müssen. Ja. 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 Aber dann ist es gar nicht schwer, äh... Ja. Untertitelung. BR 2018